Wir empfangen hier keine Kunde, aber wirklich Gäste, würde ich sagen. Ja, also wir legen viel Wert darauf, dass hier eine ziemlich familiäre Atmosphäre herrscht. Wir begrüßen unsere Gäste sehr herzlich. Es wird hier frisch gekocht, auch gerne Elsässig gekocht. Wir sind dabei mit unseren Gästen, die uns besuchen. Wir helfen viel die Verantwortlichen von der Gruppe, die Lehrerinnen und Lehrerin. Von der Reservierung, von den Anfragen bis zur Erstellung. Wir haben schon Musterprogramme, aber je nachdem mit jeder Gruppe können wir alles anpassen. Wir reden immer von Programm à la carte auf Französisch, glaube ich, das sagen wir auch auf Deutsch. Auf diesem Friedhof ruhen fast 16.000 Personen, deutsche Personen, meistens Soldaten, auch ein paar Zivilisten und auch ein paar Leute, Personen aus anderen Nationalitäten. Also das Wichtige an der Bildungsarbeit in unserem Haus ist eben, dass wir eine Erfahrung bieten, unseren Besucher bieten, die sie in der Schule nicht machen können. Und zwar der Umgang mit einem originalen Ort und originale Dokumente. Das sind Originaldokumente, die uns von den Angehörigen, von den Kriegstoten übermittelt werden. Wir sammeln Geschichten bei der Familie, die hier auf dem Friedhof manchmal zu Besuch, wenn ich das so sagen darf, sind. Und wir fragen immer, ob sie über Dokumente verfügen, über Angehörige aus ihrer Familie, sei es. Also wir erzählen auch diese Geschichten, die uns erzählt werden. Diese erzählen wir weiter an unseren Gästen. Es ist so wirklich schön, aber dann auch so ein Friedhof und das ist so ein wirklich grosser Kontrast und das sieht man nicht überall. Gedenken ist deshalb wichtig, weil sich Geschichte nicht wiederholen sollte, weil wir die Möglichkeit haben, aus Geschichte zu lernen. Und genau an solchen Orten kann man verstehen, was Geschichte eigentlich bedeutet und nicht nur in den Schulbüchern drüber lesen, sondern wirklich die Biografien von den Personen, die in den verschiedenen Weltkriegen gefallen sind, verstehen und ein ganz anderes Verständnis dafür entwickeln. Und genau abgesehen von den vielen Workshopsmöglichkeiten, die es bei uns gibt, gibt es noch in der Umgebung sehr viel zu tun. Man kann Ausflüge nach Straßburg machen und auch an Freizeitmöglichkeiten fehlt es hier nicht. Man kann wandern, man kann ins Schwimmbad gehen, man kann wirklich, es gibt ganz viele Möglichkeiten für einen Aufenthalt hier. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020